Ja, aber was mache ich denn hier? Move Selected, den kann ich ja moven, wo ich hier nicht will. Aber will ich, das ist die Frage. Weil jetzt liegt hier so ein riesig langer Schlauch. Hauptquartier sollst du. Aber wenn ich sag go ho 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 ho, geht das nicht. Höre. Go Hauptquartier. Jetzt ist das abgeschlossen, sehr schön. Das Equipment. Man ey. Leute, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich hier machen kann? Weil jetzt... Höre. Hier, Actions. Was geht's? So. Einladen. Ja, warte, befehl, Wort. Ja? Man ey. Was? Steht irgendwo einer rum. Wo denn? Was gibt's? Dort. Zu wem gehörst du? 25. Wo bist du denn? Ach da. Äh, was machst du hier? Was macht er hier? Zu dem gehört er? 25 Drehleiter. Huh. Und wer bist du? Du bist 25 LF1. Das heißt du... Was gibt's? Läufst jetzt mal... Nach hier. In Ordnung. Und ich hätte gerne den Schlauch hier weg. Aber das geht nicht. Weil der in den Boden backt. Und ich den nicht auswählen kann. Ach. Der Schimanist will auch nicht einsteigen. Kein Problem. Wir wollen zu befehlungen. Wir sind dabei. Ja. 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 Zwei Dreh-LK Drehte Dreh-LK Hm Jo Passiert oder was sagt ihr? So Feuerwehrmann ist fleißig unterwegs Da joggt er Er kann auch sehr weit joggen Ach man Lock-Window-Functions Wir sollten den Amokläufer umgehen fassen, bevor er weiteren Schaden anrichten kann Ernsthaft Als erstes einen Streifenwagen bitte In Ordnung Und dann ein Löschgruppenfahrzeug Zu Befehlen Erwarte Befehle Hierhin, hierhin, hierhin Komm, 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 komm In Ordnung Wow, jetzt hat er den verfolgt Aber er steigt nicht aus und tut nichts Höre Achtung ist in Arbe, eine Einsatzkraft wird angegriffen Höre Ja, den ist das so Gebrochenes Bein ist fertig Äh, drä, ab, Notarztbehandel, was? Achso, mein Polizist wird angeschossen Höre Hilfe Sofort Sprü ihn ein Mein Auto ist auch gleich kaputt Sprü ihn ein Oh, jetzt hat er den weggebubst Hilfe Ich kann so nicht arbeiten Ich hoffe sehr, mein Polizeiauto explodiert nicht Geht das? Hä? Ähm Sitzt da noch einer drin, der jetzt verletzt ist? Ähm Mein Auto hat Aua Hauptsache, ich will jetzt auch nicht aussteigen Bevor die Polizei nicht da ist Ist in Arbeit So Der eine Rüstet sich mit dem aus Mit dem einen und du nimmst den fest Was gibt's? Hilfe Ähm Ob wir mit Notarzt behandeln Drei, okay Dann machen wir mal so Ich weiß zwar noch nicht, wo das dritte Wo der dritte Äh Die dritte verletzte Person ist Ja Aber das ist ja egal Hauptquartier Wird erledigt So Bin bereit Absitzen Bin bereit Bin bereit Rufenführer Verstanden Einmal nach dort Denn A Wird er Hier Kein Problem Und sobald der Verteiler liegt Kuppelst du da gleich noch zwei neue an Zwei weitere Ich würde zwar gern wissen Sieht an, als wenn hier irgendwer stirbt So Komm Leg den Verteiler hin Eins Zwei Kein Problem Du kannst einmal den wegziehen Kein Problem Dann kann der nämlich einmal aussteigen Was geht's? Du kannst einmal den da loschen Alles klar Du Was geht's? Du löschst einmal den weg Du ziehst den mal nach dort Wird erledigt Und du kommst auch mal her Wird erledigt Und was mit dem hier? Muss ich jetzt ernsthaft mein Auto Mit einem Notarzt behandeln? Jawohl Das kann doch nicht dein Ernst sein Ne Heute ein Techniker Warte Ich hole mal den Ingenieur Mal gucken Du kannst ein Stück vorfahren Du kannst Auch ein Stück vorfahren Notarzt Aber behandeln bitte Ah, halt Ich glaube ich muss den rausschneiden, oder? Kann das angehen? Höre Ist da noch ein Praktikant drin, oder so? Hol dir mal eine Schere, bitte Okay Geht's dem? Ah, ja Nee Fahrzeug BMA zurückstellen Ist ja ganz woanders Okay Da schicke ich jetzt einfach mal so Aus Jux und Dallerei Einfach hier Ein RTV Äh, irgendwie hin RTV So, du nach dort Du Kannst einmal bitte Hast du eine Schere? Ja Achso, kann ich das Auto Wahrscheinlich Kann das sein, dass der da drunter liegt? Höre Opfer mit Sanitäterteams Absch- Achso, halt Kann das sein, dass hier einer drin saß? Und wo? Nee Fahrzeugwachs abschleppen Brände löschen Liegt unter meinem Auto jetzt ernsthaften Geht nicht Hauptquartier Kann ich das jetzt so, äh, Funktionen Go to HQ Nö Äh Move selected Okay, der scheint da irgendwie drin zu sein Aber ich weiß nicht, wie ich den da rauskriege Hallo? Wie geht das? Was ist das? Warum ist das so? Verstehe ich euch Muss ich das verstehen? Ich kann den ja auch nicht behandeln Hä? Was gibt's? Hä? Ich verstehe es nicht Leute, ich verstehe es nicht Sofort Das geht nicht Die verletzte Person muss erst noch von einem Arzt unterversorgt werden Ja? Ernsthaft? Muss das wirklich komplett die ganze Zeit der Arzt machen? Sofort Kann der Ingenieur jetzt mein Auto reparieren? Nö Okay Es ist boogie Es ist boogie Bin dabei Keine Ahnung, warum es ist Ich hol mir mal einen zweiten Notarzt Notarzt, Einsatzfahrzeug Okay Wir setzen mal Wir haben Arzt zurückstellen Bin bereit Was ist die denn? Zu Befehl Zu Befehl, zu Befehl Ja, aber warum das so ist Und ich den hier nicht auseinanderschneiden kann Wenn da noch einer Das ist Das ist ja komisch Brände löschen Es brennt wirklich Oh, jetzt brennt das auch noch Ha BF, Löschzug bitte Obwohl brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne? Äh, Löschzug Und Abfahrt Na toll Ah Tragen Kann jetzt einer von euch Bin bereit Da einsteigen Kann ich mal auf den? Achso, das ist der Notarzt Ähm, du nimmst den In Ordnung Jetzt Kriege ich den da nie wieder raus, oder wat? Jetzt steig mal aus, bitte Ach man, das macht so keinen Spaß Ja, ich merke, dass du Schmerzen hast Aber ist okay Kein Problem So, absetzen Hol dir mal die Trage Oh, das nervt ich schon Der zweite Bug Einmal steht jetzt hier das Also, ey, es tut mir leid Entweder bin ich zu doof Verursache die Bugs selbst, oder so Okay Aber Kannst du einmal sagen Verteiler nach vier setzen Und einmal, ähm Wasser von dort holen Sofort Geht das? Kannst du das machen? Mal gucken, was jetzt passiert Wo bleibt die Feuer? Kommt nicht, gibt's nicht Was kommt denn, das Habe ich die nicht alarmiert? Habe ich mich verdrückt? Löschzug Ist in Arbeit Habe ich mich vorhin verdrückt? Ich weiß es nicht So Äh, mit O Höre Einmal nach vier Kein Problem Erwarte Befehle Verstanden Erwarte Befehle Wird erledigt Was gibt's? Alles klar Ja So, was hast du jetzt hier gemacht? Was geht's? Weißt du selbst nicht so ganz, ne? Ja Auto Wenn ich jetzt Hauptquartier mache Okay Baut er mir denn alles ab Oder ist das jetzt halt Ist, ist halt so Na mal gucken Kannst du das abschleppen? Kannst du auch nicht In Ordnung Ja Ach, Mann Bin dabei Erwarte Befehle Das ist doch alles hier doof Ist in Arbeit So Was geht's? Wird erledigt Ja, was ist denn das? Was geht's? Hauptquartier In Ordnung Oh, Leute Hier, du, den Haku Alles klar Und du? Ja, was ist denn mit dem hier? Sorry Equipment Umbrella Ein Riedenschirm Umbrella Super, wie sie Achtung Notfallmeldung Aus ungeklärten Gründen Ist dein Fahrzeug in Brand geraten Der Fahrer befindet sich verletzt Im Inneren des Fahrzeugs Löschen sie alle Brände Retten sie den Fahrer Versorgen sie ihn Und transportieren sie Alle beschädigten Fahrzeuge ab Hör doch auf zu lügen Kann ich jetzt, wenn ich mit dem hier zum Beispiel Kann ich auf den schießen? Ne, auf das Auto kann ich schießen, aber nicht auf mein eigenes Das ist ja doof Also, ist nicht doof, ne? Ist okay, aber Ich hätte den hier gerne debuggt Und debuggt Groundmap Time all day Next navmap Pfff Puh, 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 Puh Reload Scripts Reload Scripts Hallo Kann ich den noch Ne, kann ich auch nicht Aussteigen Hauptquartier geht alles nicht Ah, blaulich kann ich noch ausmachen Und Warnblinker kann ich auch noch anmachen